Musik Große Freude, Sie heute hier zu dieser Karinierung begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Bruno Schlegelmich, ich bin, oder falsche Sprache, ich habe heute die ganze Zeit von 9 Uhr an bis gerade Unterricht und das in Englisch, also insofern entschuldige ich mich, wenn ich einmal in Englisch abgerüfte. Ich bin der Dekan der EFMH. Ich bitte Sie zu gelogen, der Wissenschaft zu dienen, ihre Ziele zu fördern und dadurch verantwortlich zu Lösungen der Probleme der menschlichen Gesellschaft, in deren gedeihliche Weiterentwicklung teilzutragen. Ich bitte Sie, weiter zu gelogen, der Wirtschaftsuniversität stets verbunden zu bleiben und die Aufgaben und Ziele der Universität vertreten. Ich bitte Sie. Wunderbar. Wunderbar. Der Titelmaster of Pistole Administration, Jennifer Dean Ambroika Giegel. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020